Hallo, ich bin Dagmar aus dem Jugendamt Gladbeck. Ihr könnt zu mir kommen, wenn ihr Hilfe und Unterstützung in allen möglichen Sachen braucht. Weil sich eure Eltern getrennt haben und darüber streiten, wann ihr die besuchen könnt. Weil ihr in der Schule gemobbt werdet und einfach keinen Bock mehr auf Schule habt. Du fühlst dich traurig, einfach so und du weißt nicht mehr, wie du damit klarkommen sollst. Solche Situationen sind für Kinder und Jugendliche kaum auszuhalten. Und wir vom Jugendamt sind eigentlich dafür da, dass wir euch darin unterstützen können. Das heißt, ihr kommt zu uns, ihr berichtet was los ist und gemeinsam, vor allem echt wirklich gemeinsam versuchen wir eine Lösung zu finden oder die Situation zu verbessern. 24 Stunden sind wir in Gladbeck für euch da. Ihr könnt uns anrufen, ihr könnt eine Mail schicken, ihr könnt vorbeikommen. Vielen Dank.